Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Firestorm im Live-Let's Play auf Nazarevo, nachdem es... Ich bin froh von Slowien weg zu sein, aber ich habe Angst vor Operation Stiletto und ich hoffe, dass ich beim Ayas Rock die Spectre kriege. Oder Artillerie halt eben. Eskortieren sie zunächst die Waffenkomponenten aus Brasilien zum Prime Temple, damit Kane die flüssig-Tiberien-Waffe fertigstellen kann. Angesichts der GDI-Armee, die in diesen Sekunden eine große Offensive auf den Prime Temple vorbereitet, wird diese Mission ein heißer Tanz. Immerhin führt ihre Route direkt durch eine vorgeschobene Basis der GDI. Mit ihrer kleinen Eskorte können sie die GDI nicht direkt angreifen, sie müssen sich also etwas einverlassen. Sobald der Waffentransport den Prime Temple erreicht hat, sollten sie sich auf dessen Verteidigung konzentrieren. Bauen sie gleichzeitig eine Armee auf und jagen sie die GDI von unserem heiligen Boden. Außerdem fliegen wir trotz der angespannten Lage in Australien gerade ein Teil von Cillians Truppen aus. Sie müssten sich inzwischen auf dem Weg nach Sarajevo befinden. Vielleicht können sie ihnen helfen. Na hallo. Empfange Nachricht. Die flüssig-Tiberium-Waffe muss zum Prime Temple gebracht werden. Schützen sie den Transporter vor den Angriffen der GDI. Okay. Wir brennen. Neues Bonus. Keine Infanterie. Äh. Okay, das ist unerwartet. Brennen sollt ihr. Wir müssen näher ran. Alles muss brennen. Vorsichtig. Und wenn sie den Flammen. Die hätte das auch geändert. Einigende Flammen. Äh. Aber kein Scheil. Keine Scheilkanone mehr, so wie es aussieht. Die nerven könnte. Wir regeln das. Roger. Sind unterwegs. Keine Scheilkanone, die nervt. Sehr schön. Kein Problem für einen Skorpion. Wir sind unbesiegbar. Einheitbücher. Das ist sogar als leichter Panzer 10. Das ist unglaublich. Kein Kampf hier? Ja. Weiterfeuern. Mit sie nieder. Wie lautet der Plan? Roger. Guck mal her. Schlagen wir los. Feindliche Einheiten in Sicht. Oh doch. Hier Raider. Panzerdivision. Da will ich nicht kämpfen. Oder? Sie sind bereit. Da. Doch, die sollten das schaffen. Wenn ich von hinten helfe, ne. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Wir regeln das. Nur, dass der ignoriert wird. In Position. Wie lautet der Plan? So, jetzt kannst du einfach hier reinfahren. Wir sind bereit. Roger. Er kommt hoch. Wie lautet der Plan? Sind unterwegs. Ja, dieses TB-Rinfeld ist eine GDI-Mission nachdem nicht mehr da. Das ist das, was mich heute wundert. Warum ist das nicht mehr da? Warum ist noch das hier da? Und das war vorher hier. Und das ist hier oben gewesen. Es muss halt hier oben platzieren, weil hier später Einheiten kommen. Als hätten sie dann GDI-Kampagne auch hier so lassen können. Oder nicht? Und hier ist halt ihnen der Tempel dann zugebaut. Deswegen ist es so verwirrend, was... Naja. Egal. Es ist... Naja. Ist nun mal so, wie es ist. Ne? Danke für die Eskorte, Commander. Ab hier komme ich klar. Skorpionpanzer. Und hier kommt mal alle zurück. Wie lautet der Plan? Sind unterwegs. Ja, darf ich übernehmen? Einsatzziele erreicht. Immer noch nicht. Initialisiere Video-Ablick. Sie haben das Tiberium-Geld. Sehr gut. Jetzt verteidigen Sie den Tempel und vertragen die Ungläubigen. Ich montiere inzwischen das Gerät. Wie lautet der Plan? Zurück. Empfange Nachricht. Commander. Sie sind für die Defensivsysteme des Crime-Tempels verantwortlich. Verteidigen Sie den Tempel, indem Sie die GDI-Einheiten im Südwesten besiegen. Hm, okay. Einheit verloren. Bonus Ziel erreicht. Forschungslabor. Tiberium-Belastung gemessen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ausbildung. Feindliches Kommando entdeckt. Ich schicke einfach alle Einheiten zurück. Sollte schon passen. Ansonsten Entwicklungen. Wurde bereits gekauft. Okay. Jetzt wird unser Schädenpunkt wird angegriffen. Einheit befördert. Ah. Einheit wird angegriffen. Abgrade abgeschlossen. Wurde auch schon gekauft. Tiberium-Belastung gemessen. Tiberium-Belastung gemessen. Tiberium-Belastung gemessen. Tiberium-Belastung gemessen. Tiberium-Belastung gemessen. Timber fliegt. Soll mich nicht stören. Pat. Nervt. So ein Trooper tut mir echt weh Was tue ich gegen die? Ich brauche auf jeden Fall Populisten Ja und zack habe ich alles von mir verloren Habe ich gespeichert? Ich habe nicht gespeichert, oder? Ganz großes F Sehr, sehr großes F Er schafft das nicht Oh Gott, ey So Kommt mal her Das Forschungslabor ist wichtig Braucht das Ich brauche Euch Ich singe das Leuchten Nichts kann uns stoppen Wir werden wachsen Da In Sniper, alles klar Das wird noch erfors... Oh mein Gott Ja, forschen Und jetzt gebe ich das Geld dafür aus Ja, ich habe vorher gespeichert, gut Neue Bauoption Einheit befördert Wahrheit Einheit wird angegriffen MBF Wollte ich einfach aus? Ich brauche Einheit verlobt Wahrheit Superlisten Ausbildung Unser Stützpunkt wird angegriffen Es ist alles bereit Feindliches Kommando entdeckt Upgrade abgeschlossen Wir sind bereit Ist mir egal Sammler wird angegriffen Es wird einfach nur Richtig hart nervig Dauerhaft die ganze Zeit Tötet die doch Bauch an die Luft Ungeeigneter Bauplatz Wahrheit Einheit verlobt Wahrheit Einheit wird angegriffen Mauer abgeschlossen Unzureichende Mitte Mauer abgeschlossen Unser Stützpunkt wird angegriffen Wahrheit Oh Oh, du bist Zeit, cool Der Sieg ist unter Oh Oh Einheit wird angegriffen Auf zu den Kristallen Wow Soldaten Hier lang Dreckst Ding Wieder mit den Unterdrückern Weil Einheit befördert Oh Geht, 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 geht Oh Abgeschlossen Ungeeigneter Bauplatz Wow Feindliche Einheiten In Sicht Okay, hör mal auf Wohl ein Phantom bitte noch Das ist so Da Warum konzentrieren Sie sich denn da Auf den da Das ist sehr nervig Wir sind bereit Warum unbedingt Stiles Wichtiger als die Blisken Stürmt das Die haben die Sniper Als Stiles anhalten Stürmt Ich hab's komplett vergessen Einheit wird angegriffen Bau abgeschlossen Feindliches Kommando entdeckt Drones active Reparatur live So, komm her Feind auf Sammler wird angegriffen Bau abgeschlossen Hier hin Hallo, wo geht die hin? Ah 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 Er repariert sich wenigstens selber Aber das ist okay. Ich brauche da unbedingt noch eine zweite Luftabwehr. Wieso habe ich die B-M-Camp? Egal. Aber damit diese Firehawks schneller vom Himmel gerollt werden. Ja. Ganz ehrlich, wie soll man hier bitte mal in die Offensive gehen? Das ist einfach nur absurd. Ab wenigstens wollen sie alle durch die Mitte hier. Und nicht dadurch oder dadurch. Das macht es etwas angenehmer. Einheit wird angegriffen. Zu verteidigen. Und zwar ganz schön dezent. Und schön, dass sie immer da reingehen wollen. Die kommen aber damit auch mit Massen an. Oh nein, nicht Juggernauts. Äh, Bemis. Sorry. Oh, die sollten jetzt zumindest näher kommen. Oh ja. Er kommt noch näher. Nein, nicht weiter. Nicht da hinten bleiben. Ah. Verdammt. Verdammt. Es kommt hier durch, oder? Äh. Äh. Ich brauche mal ein bisschen mehr Energie. Solltet mal... ...das doch holen. Na nö, jetzt ist das natürlich kaputt. Hm. Wow, abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Abgebrochen. Wow. Wow. Wir sind bereit. Wow, abgeschlossen. Wir brennen. Feindliche Einheiten in Sicht. Hier lang. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ich... Wo auch immer ich was verloren habe. Ich habe keine Ahnung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. War aus. Ungeeigneter Bauplatz. War aus. Das ist okay, so. Oh, ist hier echt einfach nur... Verteidigung, 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 Verteidigung geworden. Alles andere ist so irrelevant geworden. Verteidigung, 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 V Jetzt warte ich lieber. Oh, ich baue mal, ich baue Vendoms. Es gibt einen bestimmten Grund, warum ich das mache. Ja, komm. Da. Kommt her. Dass der hier übersteht, das wundert mich dezent. Oh ja. Okay, der wird jetzt rot gehen. Ja, ist egal. Die kommen dann näher und dann wupp, wupp. Die Vendoms sind egal. Der ist auch in sich egal. Also wenn der Held werden würde, das wäre super. Wenn der Gleiter bereit zum Abheben wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Einheit verloren. Unterstützt von... Wenn der Gleiter bereit zum Abheben wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Tiberium ist... Ah, diese Falkens. Und der Felder. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zeit zum Abladen. Wenn die nicht ganz weit wären. Oh, danke. Die Brüder sind zurückgekehrt. Feindliches Kommando entdeckt. Jürgen Komorid. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einsatzes Ziel erreicht. Sammler wird angegriffen. Erbt so viel wie ihr könnt. Was machen die denn? Stützpunkte errichten? Grüne Felder. Muss ich nur gegen die klarkommen. Wir weichen nicht zurück. Einheit wird angegriffen. Auf zu den Kristallen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Grüne Felder. Und das wird auch nicht gerade lustig. Irgendwann hat die immer... Wer hat das Kommando? In Keynes Namen. Geben Sie sich zu erkennen. Sieht seltsam aus wie die, die zu sehen. Ihr wurdet getäuscht. Wir sind hier um ein großes Unrecht zu sehen. Kane führt die Bruderschaft nicht, wie er es euch glauben machen wollte. Wir dienen der wahren Sache von Nod. Übergibt uns den Tempel oder sterbt. Das ist so unfair. Kommander, ich weiß zwar nicht, was hier läuft, aber ich glaube, dass er Killian verbockt. Vermutlich eins ihrer Machtspielchen. Wissen Sie was? Unsere Freundin wird sich noch wundern. Denn mit meinem Verstand und ihren Bomben machen wir ihr einen Strich durch die Rechnung. Was für Bomben? Empfange Nachricht. Von einer unbekannten Macht gesteuerte Nordverräter greifen den Prime-Tempel an. Wir müssen sie vernichten. Ah, wie speichern wir jetzt hier? Das ist jetzt... Ne? Unser Stützpunkt für Angehe. Verräter! Sie müssen bestraft werden! Jetzt kommt der von der Seite und nicht von der Mitte, was jetzt auch extra nervig ist. Strahlenkanonen einsatzbereit, Commander. Komma mit. Ah, kommt nicht mit. Roger. Die Strahlenkanone ist ein mobiles Langstrecken-Geschütz, das feindliche Einheiten mit einem konzentrierten Partikelstrahl vernichtet. Okay. Scheiß, ist der das Panzer. Mehrere Strahlenkanonen können ihren Partikelstrahl bündeln, um das Ziel innerhalb von Sekunden zu zerstören. Wir haben sie. In der Waffenfabrik können jetzt Strahlenkanonen gebaut werden. Der Stützpunkt wird gegriffen. Kalibrierung abgeschlossen. Strahlenkanone unterwegs. Könnte ich eingraben? Sammler wird angegriffen. Okay. Und dann? Hm. Verstanden. Koordinaten erfassen. Kommt mit. Verstanden. Okay. Koordinaten erfassen. Hält sie nieder. Okay. Stealth-Einheit geortet. Feuer! Macht sie fertig. Verstanden. Dankeschön. Das Problem ist, die haben zwar kaum Anti-Air, aber die haben trotzdem... Ja, die Gebäude halten viel zu viel aus. Hm. Ich muss vorne auf jeden Fall die Verteidigung wegkriegen. Ich muss mal füllen. Herr Ritter! Sie müssen bestraft werden! Mit sie nieder! Strahlenkanonen einsatzbereit, Commander. Und zu reichende Mittel. Sammler wird angegriffen. Die Strahlenkanone ist ein mobiles Langstrecken-Geschütz, das feindliche Einheiten mit einem konzentrierten Partikelstrahl vernichtet. Ich vernichte jetzt das Stück meiner Sammler, das ist kacke. Lass dich mal reparieren. Die Seite lass ich erstmal so, wie sie ist. Reparatur läuft. Feindliches Kommando entdeckt. Auf der rechten... Ja, cool. Jetzt kommen sie hier durch die Mitte. Die kommen links teilweise durch die Mitte. Oh nein! Warum? Nein! Einheit wird angegriffen. Oh! Okay, das war ich, die mich zu bauen. Verdammt! Vellumgleiter bereit zum abheben. Verräter! Sie müssen bestraft werden! Was gibt's? Schmeldet sind... ...einsatzbereit, Commander. Alles ruhig. 800 mal 16... Was gibt's? 8000... ...12000... ...die Strahlenkanone ist ein mobiles Langstrecken-Geschütz, das feindliche Einheiten mit einem konzentrierten... Das ist jetzt nicht 5-10, aber es ist trotzdem ein bisschen... Mehrfache Strahlenkanonen können ihren Partikelstrahl bündeln, um das Ziel innerhalb von Sekunden zu zerstören. Einheit wird angegriffen. In der Waffenfabrik können jetzt Strahlenkanonen gebaut werden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparaturlauf. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ja. Er hat es so viel wie erkannt. Auf Patrouille. Verstanden. Okay. Na klar. Auf zu den Kristallen. Das Tiberium wird uns sehr frei. Irgendwas gesehen? Was ist denn ich kacke? Ja, da muss das Upgrade jetzt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Kalibrierung abgeschlossen. Aktiviere Waffensysteme. Linsen gesichert. Was gibt's? Strahlenkanone online. Okay, komm. Koordinaten werden aktualisiert. Ziel werden... Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, ich hab... Ich hab ne Idee, was ich... Es ist ne doofe Idee, aber vielleicht klappt's ja. Tiberium ist Macht. Tiberium ist die Lösung. Ja, mehr Tiberium. Jetzt kommen sie natürlich mit ihren Purifiers auf. In Position. Optik aktiviert. Könnte das klappen? Ich hab keine Ahnung. Warum geht das denn jetzt nicht? Kein Geld dafür, ne? Ja, mach den noch langsamer. Sollen wir nicht mit 50.000 Anti-Air-Sachen ankommen? Ist das halt vollkommen in Ordnung. Justierung läuft. Einheit wird angegriffen. Irgendwas gesehen? Na klar. Verstanden. Okay. Sammler wird angegriffen. Verstanden. Weg mit euch. Mit sie nieder. Warte, die unteren haben das nur mit den... Wir greifen an. Die haben unterschiedliche Upgrades, ich gerade. Okay. Alles klar. Verstanden. Na klar. Stealth-Einheit der Orte. Verstanden. Ich müsste ultralange aushalten, um mehr Venoms zu kriegen. Sander verloren. Nein. Okay. Oh. Macht sie fertig. Sander verstanden. Einheit angegriffen. Haben ihn im Visier. Und wie gesagt, das Beschissen ist halt eben, dass die besseren Einheiten dauerhaft haben. Na klar. Verstanden. Bring gleich dort. Die bei denen dauerhaft auf Elite sind. Und ich hab die halt eben nur normale. Okay. Bring gleich dort. Sammler wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das ist sehr unvorteilhaft. Einheit geortet. Ja. Wir haben sie auf dem Radar. Einheit befördert. Mäht sie nieder. Klar, ich könnte mich hier ganz halt hochleveln, aber es ist trotzdem kacke. Erfasse Ziel. Okay. Nein, sie haben jetzt auch das Upgrade. Ja, das ist so unfair einfach. Okay. Gott. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Stealth-Einheit geortet. Reparatur läuft. Oh, du bist klasse. Einheit wird angegriffen. Systems in der Hand. Also ich müsste wirklich erstmal die rechte Seite eigentlich wegkriegen, weil... ne... das Tiberium ist. Feindliches Kommando entdeckt. Oh. Oh. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Building promoted. Okay. Stealth-Einheit geortet. Verstanden. Feuer! Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Wir haben sie. Nein, die haben den Turm zerstört. Oh. Der war Held. Ich krieg kein Geld. Es reibt sich sogar. Alles ruhig. Ja. Okay. Verstanden. Okay. Okay. Verstanden. Wir haben sie auf dem Radar. Einheit wird angegriffen. Verstanden. Arm ihn im Visier. Alles klar. Feuer! Okay. Ne, 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 ne. Komm, laden wir doch mal. Gott, ey. Ich muss links erstmal Verteidigung aufbauen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Verräter! Sie müssen bestraft werden! Und ich versuche hier mal... ...einsatzbereit, Commander. ...einfach abzusperren. Bau abgeschlossen. Sammleit die Künstler. Die Strahlenkanone ist ein mobiles Langstrecken-Geschütz, das feindliche Einheiten mit einem konzentrierten Partikelstrahl vernichtet. Weil soweit ich weiß, greifen sie Mauer nicht an. Der Waffen-Kanone können ihre Partikelstrahl bündeln, um das Ziel innerhalb von Sekunden zu zerstören. Bau! In der Waffenfabrik können jetzt Strahlenkanonen gebaut werden. Bau abgeschlossen. Unterstützpunkt wird angegriffen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Das kostet wirklich dann immer noch mal Geld. Was mache ich denn hier so? Feindliches Kommando entdeckt. Bau abgeschlossen. Sammler wird angegriffen. Sterfeinheit geordnet. Sammler verloren. Ah! Ami im Visier. Verstanden. Okay. Ja, aber nee, mal ernsthaft, ey. Hier kann ich nicht absperren, ne? Das ist viel zu weit weg. Unser Schlitzpunkt wird angegriffen. Bau unterbrochen. Ich muss das hier auf der linken Seite anders bauen. Erstmal aufhören. Kommst da hin. Kommt da hin. Hier kommt mal da hin. Die Strahlenkanone ist ein mobiles Langstrecken-Geschütz, das feindliche Einheiten mit einem konzentrierten Partikelstrahl vernichtet. Einheit wird angegriffen. Mehrere Strahlenkanonen können ihren Partikelstrahl bündeln, um das Ziel innerhalb von Sekunden zu zerstören. Versuch mal so schnell wie es geht, da hinzukommen. Mehrere Vergriff können jetzt Strahlenkanonen gebaut werden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das ist ein Versuch. Verstanden. Verstanden. Feindliches Kommando. Mehrere, wir haben sie auf dem Radar. Verstanden. Wir greifen an. Schau mal mit der Energie. Einheit wird angegriffen. Reicht das eine schon? Okay. Man kommt auch nicht dagegen an, durch dieses scheiß Türmchen und so alles. Dann soll ich noch mehr... Dann gehe ich noch auf noch mehr Venoms. Ich mache ich das auch einfach. Erstmal... Eine Verteidigung wird hier noch weiterentwickelt. Mehrere Strahlenkanonen können ihren Partikelstrahl bündeln, um das Ziel innerhalb von Sekunden zu zerstören. Unser Stützpunkt wird angegriffen. In der Waffenfabrik können jetzt Strahlenkanonen gebaut werden. Das hier soll nicht zerstört werden. Na klar. Bin gleich dort. Das wäre ein sechstes teuer. Wo ist denn der? Andere? Es waren noch zwei auf der rechten Seite. Der hat sich nicht hinbewegt, ne? Und wo ist der? Es sind jetzt ein paar Minütchen vergangen. Jetzt will ich mal gucken. Ich habe drei. Er hat verloren nach der Runde. Egal. Wenn ihr jetzt versucht, den zu zerstören. Ich weiß ja auch nicht, ob die nachbauen, ne? Das ist mein anderes Problem. Die tun halt dem weh. Okay. Reichen nicht. Ist okay. Dann warten wir weiterhin. Oder ich probiere aus, ob die nachbauen. Kann ich ja auch gucken. Sollte das sich klappen, wenn ich euch so hinschicke. Dass die jetzt, dass da keiner von denen zerstört wird. Einheit verloben. Ja, natürlich. Gut. Dann warte ich jetzt hier, ansonsten lade ich neu. Sie bauen neu. Also laden. Ich habe natürlich auch. Ich habe natürlich auch mittlerweile zehn Purifier Warmechs, in denen ich einfach die Leichen aufgesammelt habe. Ob ich damit versuchen soll, den südlichen Weg zu machen, um das Tiberiumfeld zu kriegen. Ich werde es mit den zehn Mal versuchen. Und wenn das nicht klappt, es sollte eigentlich klappen. Es sind zehn Stück, hallo? Komm. Hier könnte ich immer die, zumindest ein paar Obelisten zerstören. Das Problem ist seitdem nur die ganze Infanterie. Voll. Lauft einfach durch. Ihr habt doch Flammen. Na? Oh. Okay, das ist... Okay, nee. Dann muss sich der Angriff etwas anders koordinieren. Das ist okay. Nicht einfach mal alle Einheiten. Komm alle hier. Dann. Außer ihr. Ihr greift natürlich nicht aktiv an. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Seid mal Steuerung einsetzt. Feindliches Kommando entdeckt. Äh? Wo sind ihr AWATAR, die jetzt hier eigentlich ankommen sollten. Nicht da? Okay. Weck mit den. mit dem feuer gleich dort nähere mich keiner an die er hier gerade da sind natürlich wieder welche versucht mal dorthin dort und abhauen die sollten ansonsten die ganze zeit darauf trotzdem klarkommen so und jetzt ihr rein holen wir sie uns und weg Einheit befördert und unterstützt und wird angebissen. Ne, erst mal... So, komm mit. Mal gucken. Ihr lauft einfach mal durch. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Flammen tun einfach so weh. Oh, jetzt haben sie keine Energie mehr. Perfekt. Oh! Zumindest ist ein Haus geschaltet. So. Sie haben das zerstört bekommen, okay. Komm mal, Matt, wo bist du? Da bist du. Jetzt wurde mal das Tiberium auf der Seite. So, hier in der Mitte ist ja nichts mehr. Das Tiberium-Feld müsste wahrscheinlich schon wieder komplett nachgewachsen sein. Nein? Haben die das... Oh, die haben das dann abgeerntet, ne? Ja. Kommt da hin. Oh, wenn ich jetzt... Oh mein Gott, ja. Jetzt nur hoffen, dass die jetzt hier nicht die ganze Zeit durchbrettern. Nein, hört auf. Verdammt. Okay. Kommt mit. Einfach durchlaufen. Oh. So, durch. Einfach durchlaufen. Wie sollt ihr das schaffen? Ah, ich hab einen verloren, ist egal. So, jetzt... Gut laufen. Mit dem. Keine Verteidigung nach unten hin, okay. Jetzt haben sie selber kaum noch Geld. Gut, dass die nur eine gewisse Menge an Geld hatten. Und jetzt kein Geld mehr haben, das ist super. Das ist eine sehr, sehr nervige Mission. Aber okay. Mit ein paar Cuts haben wir es doch geschafft. Oh. Oh. Feindliche Basis zerstört. Oh mein Gott. Auf die Beine. Einsatz Ziel erreicht. Oh. Mission erfolgreich. Gott. Gut. 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 Er wird sich ihr eigenes Grab schaffeln. Du siehst, die Vorbereitungen laufen bereits für Phase 3. Wir nehmen uns nur, was nötig ist für die Errichtung eines gewaltigen Tempels. Für das Jenseits. Wir warten noch eine Woche. Dann werden du und ich und die anderen meines inneren Zirkels gen Himmel fahren. Aber unser Werk auf Erden ist noch nicht vollbracht. Du fliegst mit deinen Truppen nach Australien. Rette möglichst viele von Killians Einheiten. Wir werden sie später noch brauchen. Geh jetzt, mein Sohn, und vergiss nicht. Zweifle nicht. Die Erlösung ist nah. Nach ihrem kleinen Auftritt in Sarajevo würde ich für Killians Rettung keine Kugel verschwenden. Aber hey, das heißt nicht, dass ich auch an Keynes Entscheidungen zweifle. Nein. Weil ich eins von ihnen gelernt hab. Dass ein guter Soldat gehorsam zeigt. Sind wir auf Sendung? Sind wir auf Sendung? Okay. Ich stehe hier vor dem Prime Temple und die Lage ist furchtbar. Keynes Plan ist gescheitert. Wieso stehen GDI Soldaten einfach unsere Tiberium Waffen? Und vor einigen Stunden gab es einen Angriff auf den Tempel. Wir haben Schüsse gehört. Aber bisher keine Spur von Cain. Wir befürchten, er befindet sich irgendwo da drin im Tempel. Warten Sie mal. Ich erfahre gerade, die GDI ist... Sie bringen eine Ionenkanone in Position. Möge die Erde sich wandeln. Mögen sich alle, die an die Macht des Tiberiums glauben, mit dir wandeln. Möge die Erde sich wandeln. Möge die Erde sich wandeln. Möge die Erde sich wandeln. Wir wissen noch keine Einzelheiten. Aber vermutlich wurde durch einen Treffer unter dem Tempel Flüssigtiberium zur Explosion gebracht. Die Beschädigungen in der gelben Zone sind unbeschreiblich. Unsere Verluste gehen in die Millionen. Niemand kann Cain ersetzen. Aber es ist jetzt meine Pflicht und meine Überzeugung, dass ich die Bruderschaft durch diese Zeiten führe. Und ich sage euch, ihr müsst nicht mehr trauern. Wir müssen aus Trauer Zorn werden lassen und das, was war, vergessen. Sprechen wir nicht mehr von Erlösung. Unser einziges Ziel ist die Rückeroberung des Planeten. Kontinent für Kontinent. Das Tiberium ist unser angeborenes Recht. Wer dieses Recht einfordert, beherrscht auch die Welt. Die, die sich dagegen aufrichten, werden von uns verstoßen. Folgt mir, meine Kinder. Und ich führe uns zum Sieg. Gegen die GDI. Ich glaube das nicht. Ich bin hier aufgewachsen. Mich interessiert nicht, was Killian sagt. Cain ist nicht tot. Er ist zu clever. Ihm kann nichts passieren. Er würde uns auch nicht im Stich lassen. Niemals. Kennen Sie schon Killians neuen Plan? Sie will der GDI wegen des Kräftegleichgewichts Aurora-Waffen stehlen. Und die nennt Cain so aggressiv. Sehr witzig. Sehen Sie das? Killian verbreitet ihre erste Direktive. Sie will sämtliche Truppen nach Australien verlegen. Unsere letzte Hoffnung. Ich denke, wir haben keine Wahl. Befehl ist Befehl. Langsam macht es keinen Spaß mehr, ein Nutt zu sein. Aber gut, das war es mit der Mission. Vielen Dank für's so sehen. Falls euch der Bart gefallen hat, das noch ein Like da. Und wir hören uns dann in, äh... Ja, im australischen Outback wieder. Bis dahin. Shiro. Es geht um ein Licht. Da war es kein